Liebe Freunde der Freiheit, wie ihr hier hinter mir seht, ist der Gegenprotest immer noch sehr aggressiv und sehr laut. Es gab vorhin ja auch einen Durchbruchversuch, während wir gerade auf der anderen Seite beim Eingang waren. Das heißt, hier wird wirklich aufgeheizt, die Masse mit viel Hass und Hetze, um das Gedenken, das da drüben auf der Mahnwache versucht wird durchzuführen, mit aller Kraft und vor allen Dingen Gewalt zu stören. Wir bleiben natürlich weiterhin hier auf dem Laufenden für euch und mehr für nicht, wenn etwas passiert. Momentan ist die Stimmung noch so aufgeheizt, dass ich befürchte, dass es hier nochmal eskalieren wird.